Oh mein Gott, es sind alles closed. Okay, okay, wir machen weiter. Komm, ey. Ah! Nein, du nicht. Gucken, wann sie an den Punkt kommen, wo ich mich so richtig aufrege. Bis jetzt ist das ja... Zum Glück noch nicht. Ey, so bist ein behinderter Affe. König Nika, du bist so behindert. Oh Mann, mach doch mal... Genau! Ah, fuck. Okay, okay, ja, wir haben ihn schon gut getroffen. Vielleicht darf ich auch gar nicht so viel... Ja, das war so dumm. Ich hab ihn erwischt. Naja, ich würde den irgendwann kriegen. So nach 100 Minuten so, hey, wir haben's geschafft. Nein, nein, oh Mann, warum bin ich so dumm? Ich kann's so kotzen. Jetzt spring doch mal, du Bastard! Ja, jetzt springt er, wenn ich überhaupt keine Chance mehr hab. Ja, ist klar, man kann auch einfach so in der Luft stoppen und nach unten springen. Das ist richtig. Er macht einfach irgendwelche unkontrollierbaren Sachen und... Irgendwann hau ich mal mit dem Hammer und irgendwann dann nicht mehr. Wie soll ich das denn? Weißt du, wenn er das jetzt... Ja, und dann stolpert er in mein Gesicht. Das ist schon so klar. Das ist okay. Ja, egal, egal, egal. Ja, ich bin einfach ein scheiß schlechter Spieler. Nö, das ist doch, ich würde mal sagen, das letzte schwere Spiel, das ich wohl spielen werde. Weil, er macht immer den gleichen Scheiß. Wie soll ich denn mal... Nö, wie soll ich denn da aus? Oh Mann! Ey, jetzt spring doch mal, du Schwein, ey! Du verfickte Ente! Toll! Weißt du, dann macht das kaum Schaden. Er saugt immer... Versucht immer einen einzug... Ja! Och, dann ländliche Falsche! Och, ich heule gleich! Hallo! Ja, bring mich um, komm, bring mich einfach um. Ja, jetzt springst du tausend Meter entfernen, ist klar. Ja, und töten. Explodieren. Jo, naja, jetzt hat er schon mal sowas von gewonnen. Aber ich will das ja ehrenhalber uns zu Ende bringen. Sonst ist das ja scheiße. Ey, das ist ja... Weißt du, du rennst weg... Und er ändert dann noch seine Flugbahn mal eben so. So, oh scheiße, er springt weg. Ich spring auch noch woanders hin schnell. Aber jetzt macht er hundertmal den gleichen Scheiß. Und dass er sofort dann stolpert, er so... Ja, ich stolper sofort auf dich zu. Witzig cool, oder was? Hey, ist das nicht... Hörst du auf damit! Oh mein Gott! So weit hatte ich ihn noch nie. Dann wollte er, wollte er mir ab... Wollte er mir einsaugen und dann... Oh fuck, das war doof. Nein, er hat das mit seinem Hammer geblockt. Was für ein episches Battle. Das kann nur ein Gebern. Okay, komm, 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 komm. Oh, einen noch, einen hat er noch, einen hat er noch. Okay, Baby, ich hab's geschafft. Den Hard-Mode. Aus seiner Bude raus, ey. Aus seiner Bude rausgeschossen. Schade, wären fast zwei Videos gewesen. Dann muss ich das ein bisschen komisch schneiden. Und explodieren. Achso, doch nicht. Ich dachte. Einfach nur das, okay. Kann sein, dass ich jetzt wenig anders geklungen hab. Bei dem Let's Play vielleicht nicht ganz so lustvoll. Aber das war einfach dadurch, dass ich mich sehr konzentrieren musste und versucht habe, irgendwie es zu schaffen. So, Credits. Halleluja. Ich liebe die Credits. Schief, bla bla. Ich weiß nicht, bis wohin das geht. Aber ich glaube, das war da, zu dem Moment, wo König Nickerchen gestorben ist. Naja, drei Parts. Ich glaub mal nicht. Ne, ne. Haste ist tausendmal besser. Das weiß ich jetzt schon. Wir werden's sehen. Wollte es Laugh gar nicht auch auswendig? Mhm. Gut, damit wär das auch abgearbeitet. Mal sehen. Ich glaube mal, dass ich mir ne Pizza bestellen muss. Eine schöne, leckere. Das wird ein Spaß. Müssen wir mal gucken, dann nehm ich das irgendwann auf. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber meine Webcam ist eigentlich sehr schlecht. Dafür ist nämlich ne andere Kamera wahrscheinlich. Und dann ist das live, wie ich mir ne Pizza essen werde. Falls ich verliere. Oder falls ich gehöre. Wenn ich gewinne, Dreamland presented by bla bla bla. Hall ofatory Inc. Ja, Nintendo. Okay, kommen wir jetzt zum Hopper. Danke, dass du mich erwähnt hast. Mich wundert jetzt, dass Kirby da das Schloss klaut. Das ist ja mal die Dreistigkeit schlecht. Oh, alle rausgeworfen. Achso, oh. Ah. Essen für alle. Kirby, unser Held. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Oh, oh, oh. Kann ich was drücken? Oder sagt einfach, okay, ist Ende, oder? Nein, ist noch nicht Ende. Jetzt hätten wir noch, also geht. Also in Gordo, Bronbord, Valdi, Valdu, Schotzo. Da sind die Namen alle. Twizy, Cappy, Gritzo, Poppy, Bross, Junior. Oh, oh Gott. Poppy, Bross, Senior, Wispy, Wut. Floppa, Mambis, Two-Face, geil. Lo, 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 la, la, la. Achso, es war sein Schloss, nicht von der. Die hat kein Schloss. Die ist einfach nur da gewesen. Kuna, Karbo, Blitzer, Squidly, Wizzar. Ich hasse dich, Zeppli. Komm. Bula heisst er. Ah, ok. Kukla, Puffy, Scarfies, Dizzy, Kibbo. Wie, der hat einen anderen Namen? Das ist doch die gleiche Person. Wollte ich so meinen. Oh, die Hardmode Gegner. Cruiser, Tuki, Plopper. Achso, die gibt's nur in Hardmode. Diese Plopper, ich dachte, die gibt's auch so. Skala, Schacki, Gaspar, Mr. P. Und Kind. Ach, du Scheiße. Blatzi, Pisa, Flopso, Grumples. Wiskars, Kofgehan, Boomer, Benny. Aha. Und König Nickerchen natürlich. Er bleibt bei mir, König Nickerchen. Bis hin und die Endlichkeit. Bis Ende? Ist es vorbei oder wo? Config Mode, you're a hero. Press down B and select to the screen for the Config Mode and more fun. Hey, geil. What? Hey, König Nickerchen dreht ab, er spuckt ab und was tut denn Kirby da? Er guckt nur zu. Unterlassene Hilfeleistung, holt doch Kirby. Oh, guck mal wie nett er ist. Er weckt ihn auf. Stürf, du Arsch! Hmm, fighten. Er weint. Oh. König Nickerchen weint. Oh, jetzt ist es verlegen. Er weint noch mehr. Er geht. Ah, der darf bestimmt immer bei der Party. Das, glaube ich mal. Ist das Ende? Ich habe es ja noch gut gestreckt. Hallo, hallo? Drei Videos sind es. Ja, es ist Ende. Also ich mache jetzt Schluss und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich glaube, ich habe verloren. Wir werden es sehen. Okay, tschüss. Ciao, jäusein. alys.